Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 What do these shutters do? Untertitelung. BR 2019 Looks like there's a mirror in there. Die Schrauben in der Bildung sehen anders. Was habe ich verloren? Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. Did you see that? Someone's in there. Das war's für heute. 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 Another one? Das war's für heute. 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 Das wäre das für heute. Das hat's für heute. Ich weiß nicht, was der Büro macht mit diesem Ding. Okay. Well, it's cleansed now. This is gone. It's dealt with. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020